Fanfiction Freestyle Ich würde gerne Pizza mit dir essen, nachdem wir im Zoo waren. Ich wünsche mir, dass du mich von der Schule abholst und danach gehen wir Trampolin springen. Ich würde mir wünschen, mal mit dir auf der Bühne zu singen. Auf deinem Konzert. Oh mein Gott! Warum machen wir es live? Ich weiß auch nicht, warum wir es live machen. Okay, du killst den ersten, ich versuch dann den zweiten. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, gib ihm. Jo Iggy möchte mit mir Pizza essen gehen. Ja, sich hier ist ja gar kein Problem. Und ich würde sogar sagen, dass... 1 Uhr besucht, der auch noch passt. Okay. Marie sag, magst du mit mir nach der Schule ausgehen? Jump, jump, Trampolin, lass uns richtig aufdrehen. Jump, 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 lass uns richtig aufdrehen. Okay, aufdrehen. Grüße gehen nach Mira, Mira. Und ich weiß, du kennst alle meine Lieder. Also komm mit auf die Stage und sag den Leuten hey. Und sing fürs Team Riga. Okay, 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 okay. Du hast zu hart vorgelegt, ey. Ich würde schon wieder... Nee, du machst es jetzt. Okay, ich mach es jetzt. Part 2. Wieder drei Fan-Fictions. Die kommen diesmal von David, von Celina und von Sarah. Und hör mal, was die wollen. Fan-Fiction-Freestyle. Ich würde gerne mit euch Eis essen gehen. Ich würde euch gerne schminken. Ich stelle mir vor, dass ich mit dir und Tobi einen ganzen Tag verbringe. Okay, ah, David sagt, ich will Eis jetzt. Mit Lukas und Tobi, du weißt es. Nichts ist zu weit weg. Kommen zu dir und checken das Eis jetzt. Aber das wird schon. Ich hör da... Was? Ist das ein Irrtum? Ey, schwöre Celina. Ich schwöre, du machst uns zu dir. Schminke auf Schminke. Lukas versucht nicht zu blinzen. Bekomm rote Lippen. Es sei denn, du magst lieber Pinke. Malz den Gesicht her. Wir sind deine Skizze. Ey, und Sarah, sie sagt es chillig. Ganz im Takt chillen jetzt. Ja, das will ich. Ja, das will ich. Ja, das will ich. Ja, das will ich. Okay, okay, okay. Ich würde sagen, es ist okay gewesen. Ey, das war der Erste. Und wir haben uns entschieden, das einfach hier zu droppen so. Es ist einfach live. Es ist einfach live. Ich hoffe, da kam ein bisschen Liebe rüber. Wenn wir es nächste Woche wieder machen sollen, dann musst du Bescheid sagen. Ja, ja, mach wollen. Ne, du sollst mir nicht Bescheid sagen. Ach so, ja, Zuschauer. Auf jeden Fall, Mann. Also, nächste Woche vielleicht wieder ein Fat Fiction Freestyle. Sei bereit dafür. Neu auf Jamfm. Die Lukas Rieger Show. An seiner Seite Tobi Lee. Nach Mittwoch um 20 Uhr. Die Lukas Rieger Show mit Tobi Lee und Lukas. Nur auf Jamfm.